Hi, ich bin Daniel, Dozent an der Uni Greifswald und heute zeige ich euch, wie großartig meine Uni ist. Kommt einfach mit! Der erste Grund, warum mir Greifswald so gefällt ist, weil es keine Massenuni ist. Studierende sind hier nicht einfach nur irgendwelche Nummern, nein, sie haben Gesichter und Namen. Und wenn ich meine Studierenden kenne, dann kann ich ihnen viel besser Feedback geben. Wie ihr seht, ist Greifswald eine wunderschöne mittelalterliche Handelsstadt und das Beste ist, der Wohnraum ist noch bezahlbar. Und solche Bilder von Fahrrädern gibt es in der ganzen Stadt. Warum? Weil die Wege so kurz sind und alles mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Ihr braucht gar kein Auto. Und deswegen sind wir auch die Fahrradhauptstadt Deutschlands. Was mir besonders gut an Greifswald gefällt, ist der maritime Flair. Du kannst nach einem langen Tag an der Uni dich einfach am Strand ausruhen. Oder du gehst segeln, kitesurfen oder paddeln. Und du studierst dort, wo andere Leute Urlaub machen. Aufgrund unserer unglaublich lebendigen, aktiven, studentischen Kultur kannst du jeden Abend was anderes erleben. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann machst du einen kurzen Abstecher nach Berlin, Hamburg oder Rostock. Und zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, warum ich Greifswald so mag. Das sind drei Gründe. Der erste ist, es ist super familiär. Das zweite ist, du kannst unglaublich gut deine eigenen Projekte umsetzen. Und das dritte ist, du findest Freunde fürs Leben. Das war's von mir. Vielleicht sehen wir uns bald in Greifswald beim Studieren. Ich freue mich auf euch. Tschüss.